Musik Vor 32 Jahren ist der Club gegründet worden. Irgendwann vor 30 Jahren hat der Zanner Michel diese Wiese da zur Verfügung gestellt zum Golfen. Es wurde ein Übungsplatz, es wurden sechs Löcher gebaut von den Gründungsmitgliedern, teilweise sogar in Eigenregie und Eigenarbeit. Und haben dann dürfen, ohne anerkannt zu werden im österreichischen Golfverband, üben. Nach dieser langen Zeit haben wir neun Löcher erweitert, sind ein offiziell anerkannter Golfplatz, dürfen jetzt Turniere abhalten, sind vergleichbar mit den großen 18-Loch-Plätzen wie Fontana und so weiter, allerdings in einem etwas steileren und schwierigeren Gelände. Ich sehe die gesamte Infrastruktur als wahnsinnig wichtig und ein wichtiger Teil ist sicher dieser Golfplatz, den wir haben. Wir sind eine der wenigen Winterdestinationen und der einzige im Bezirk Landtag, die eben ein Golfplatz haben. Und wenn man da auf Sommerurlaub ist, gerade einmal neun Löcher spielen, da ist man relativ einen schnellen Umlauf und es ist auch schwierig zu spielen, aufgrund natürlich von der Lage her und es macht sicher Spass. Ich finde das Besondere bei diesem Platz ist, dass jeder, der Golf interessiert ist, zu lernen und zu anfangen mit Golf, kann hier gleich anfangen. Es ist nicht zu schwer, dass man sagt, ich brauche so und so viele gute Schläge, ich kann auf jeder Zeit anfangen hier und ich lerne Golf. Wir haben eigentlich alles von der Golfplatzreife, Schnupperstunde für unsere Gäste, Jugendtraining, Damentraining, Mannschaftstraining. Wir haben natürlich auch für jede Person, die interessiert ist, Golf weiterzukommen, das Angebot, dass er das auch bei uns machen kann. Er ist wunderschön angelegt und er ist auch nicht sehr leicht. Also ich glaube, das macht diesen Platz sehr attraktiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017